Leute, willkommen zurück und heute zocke ich Roblox. Eigentlich zocke ich heute keine Roblox, sondern heute reagieren wir auf dumme Filme, die andere Leute erstellen. Ich erstelle heute mal nichts, weil ich keinen Bock habe. So, ich reagiere gleich drauf. Auf jeden Fall, da kann man eigene Filme erstellen. Das ist sehr interessant. Vielleicht gucken wir uns das bald mal an. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal weg und reagieren mal auf Videos. Hallo, ich komme nicht mal weg. Okay, ich setze mich jetzt einfach mal wieder hier hin. Und jetzt drücken wir auf Watch. Oder gibt es das? What did you say? Was ist das? The end. Ich vergesse nicht, ich will auch am Start. Ja, ja, genau. Ist das stimmt. Fox ist auch am Start. Fox 6. Schaut doch gerne vorbei. Und ja, mit dem Rico Boy. What's happening? I don't know. Dieses Video kann man schon hundertmal gefühlt. Und dann diese Explosion. Manchmal werde ich auch mal in die Kommentare gucken. And Girl Games are scary. Best Story ever. Okay. I guess I have to save the pink world. Oh mein Gott. Ein Hors. Das ist einfach verbrennt. Verbrennt. Das ist einfach verbrennt. Das ist einfach verbrennt, Junge. Es brennt. Das Pferd brennt. Es ist verbrennt. Was für verbrennt. Das Pferd verbrennt. Es brennt. Einfach eine Gummihänte. Wer kennt es nicht? Jo, it just comes. Like my... Was? What? Einfach gui, ne? Gui einfach. Guckst du gerade auch? Guck jetzt die ganze Zeit. Hast du deinen Film auch schon hingemacht? Dieser Sound ist Hass. Egal. Hast du dein... Hast du dein Video schon hingeschickt? Oh mein Gott. 10.000 Robux. Also jetzt mal eine Frage. Hast du deinen Film schon hinzugefügt? Äh... Nein. Ich hab nicht mehr einen gemacht. Mach jetzt mal. Das soll noch ins Video kommen. Double tap to edit. Edit. Nein. Ich werde keins machen. Alter. Das ist einfach Zero-K. Was hast du da gemacht? Was ist hier drin? Irgendwie ist das so... Was schreiben die? Gui, was ist das? Das ist alles auf Aufnahme. Das kann ich gleich wieder sehen. Einfach Cola. Das kam auch schon dran. Was? Schreibt nie. I got two likes where they show sind. Ich hab einfach geliked. Me waking up. Me walking. Ich dachte gerade, warum ist das Zero? Junge, wer ist das? Like, that's true. Me at bed. That's was me memes. Oha, einfach diese Mäuse... Katzen, meine ich. Was machen die da? Ah, ich verstehe schon. Aber die ganze Freundesliste. Der Mond. Was ist das? If a flow. Sauce. Your sauce. Wer weiß. Junge, are you scared? Nein. Oh, okay. Here you go. Wie viele Parts werden wir hiervon machen? Bestimmt über tausend. Mach doch auf manchmal wieder. Junge, fühlt sich so krass mit Supreme Moon. Ja, ja, ja. Grummes. Nobinolan. Yes. Was war das gerade vom... Ey. Ich hab mal an dem, was wir machen können, theoretisch. Es gibt ja... Äh, wenn das... Beendet wird das Video. Dieses... Pschsch. Dieses... Dieser Bildschirm dieser... Dings. Keine Ahnung. Zum Beispiel jetzt wieder. Und das kann man einfach... Alter, wie krass. Egal. Egal. Wir vergessen es. Noob Army. Einfach Noob Army. Sehr interessant. Die Zombies haben gewonnen. Was? Hörstück, hörstück, hörstück. Noob Army. Damage. Damage. Einfach ein Foto. When you play random games on Roblox. Alter, Roblox hat Bannhammer. Kauf, Lampage. Zap2, DJ, unterstich Ninja. Ninja. Ich werd dich gleich suchen. Monkey Kong, by the way. I hope this comes. Ja. Kommt. Ja, of course. Yes. Der Sound. So, ich würd noch eine Minute aufnehmen und dann das Video beenden. Hey, guys. Einfach nur hey, guys, hat die gefragt. Oder gesagt. Hey, this is just a dream. Larry, you got my guy. It's found you. Wow. Oh, oh, einfach Backroom. Backrooms. What the fuck is das? Aber du kannst nicht so schlecht. Are you smart spell it? The answer was it didn't you get it. Was ist das? And I know one. Hi. Hi. Wow. What the fuck? Oh, der Hund. Ich glaub, Inge ist das so. Junge. 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 Hi. Hi. I found Kraken. Hä? Ich weiß nicht. Was? Da schreibt Kraken. Hä? Hi. Da rippt. Oh nein, Mia. Keiner regrett. Okay, dazu schreiben sie nicht. Sie kennen den nicht. Er hat einfach Kraken gefunden. Ich glaub, er ist deutsch. War jetzt dieser shiny bläu. Wo ist er? Da. Nee, das ist ein biges String. Keine Ahnung, findet ihr nicht. Spooky. Me. Das gucken wir. Okay, noch eins gucken wir. Das gucken wir vom Beanboy. Wow, Leute. Das war's mit dem Video. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Hier ist noch eine Katze. Ich würde, ja genau. Ich erkenne es bei mir. Oh mein Gott. Wir sehen uns wieder. Tschau.